Definitiv einer meiner liebsten Orte in Berlin ist der Holzmarkt direkt an der Spree. Dort findest du unter anderem ein Café und ganz viel spannende Sachen zu entdecken, wie ein super abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. An diesem Abend habe ich mich auf jeden Fall für die Pizza entschieden, die war auch super lecker. Der Holzmarkt ist ein Kulturzentrum und der Eintritt ist natürlich kostenlos. Ich habe dann noch diese Schönheit hier entdeckt und musste sie einfach mitnehmen. Danach haben wir uns an der einzigartigen Bar einen Drink geholt und uns an der Spree noch etwas gemütlich gemacht.